Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Review-Video. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf das Xiaomi Redmi 12 mit 4 GB RAM und 128 GB Speicher in der eleganten Farbe Midnight Black. Dieses Smartphone ist derzeit auf Amazon erhältlich und hat bereits viel Aufmerksamkeit erregt. Bleibt dran, um herauszufinden, ob dieses Gerät das Richtige für euch ist. Beginnen wir mit einem Überblick über die wichtigsten Merkmale. Das Xiaomi Redmi 12 verfügt über ein beeindruckendes 17,25 cm, 6,79 Zoll, Display, das euch ein großartiges visuelles Erlebnis bietet. Angetrieben wird es von einem Mediatek Helio G88 Prozessor, der für eine reibungslose Leistung sorgt. Die Hauptkamera besteht aus einem 50 MP, einem 8 MP und einem 2 MP Sensor, während die Frontkamera mit 8 MP für tolle Selfies sorgt. Der Akku hat eine Kapazität von 5000 mAh, was bedeutet, dass ihr den ganzen Tag über genug Energie habt. Jetzt, da wir die technischen Daten kennen, lasst uns das Gerät mit ähnlichen Produkten vergleichen. Im Vergleich zu anderen Smartphones in dieser Preisklasse bietet das Xiaomi Redmi 12 ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Viele Nutzer haben das Gerät bereits bewertet und die durchschnittliche Bewertung liegt bei beeindruckenden 4,3 von 5 Sternen. Hier sind einige Testimonials von zufriedenen Nutzern. Amazon-Kunde sagt, für den Preis ein Top-Handy. Horst Seidler meint, Top-Ware. Hervorragend. Alle Sterne. Stefan Wedershoven berichtet, nachdem ich selbst schon länger das gleiche Handy nutze und sehr zufrieden bin, habe ich dieses Handy auch meiner Ehefrau geschenkt. Auch sie ist ohne Einschränkung von diesem Produkt begeistert. Natürlich gibt es auch einige kritische Stimmen. Bix E0 schreibt, es ist zum Vergleich zu meinem vorherigen Handy sehr langsam. Der Akku hält nicht lange und insgesamt würde ich mir dieses Handy nicht nochmal kaufen. NN fügt hinzu, ist sehr langsam. Du kannst nur eine App benutzen in dieselber Zeit. Die Kameralagen die Handy hat nicht eine gute Kühlersystem und die Akku dauert nicht ganze Tag. Trotz dieser negativen Bewertungen überwiegen die positiven Rückmeldungen deutlich. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Xiaomi Redmi 12 ein solides Smartphone ist, das besonders durch sein großes Display, die Leistungsstärke Kamera und den langlebigen Akku besticht. Wenn ihr auf der Suche nach einem erschwinglichen und zuverlässigen Smartphone seid, könnte das Xiaomi Redmi 12 genau das richtige für euch sein. Klickt auf den Link in der Videobeschreibung, um es auf Amazon zu kaufen und unterstützt damit auch meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, das Video zu liken, zu kommentieren und meinen Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Reviews zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.